Relationship von Shure Kapitel 5 Achtung, Hornochsen in freier Wildbahn Meine Augen, die bis gerade eben noch auf den Boden gerichtet waren, ließ ich den Körper der mir gegenüberstehenden Person hinaufwandern, bis ich letztendlich zwei grau-grünen Augen begegnete und am liebsten genervt aufgestöhnt hätte. Der liebe Herr in Himmel wollte mich auch verarschen, oder? So sieht man sich wieder, meinte er mit seinen dämlichen Grinsen im Gesicht und ließ seinen Blick an mir hinunterwandern, wobei er an meiner Oberweite für meinen Geschmack ein wenig zu lange hängen blieb. Schwachmacht Hätt ich nicht gedacht, dass du mir direkt um den Hals fällst. Wie bitte? Ich? Ihnen um den Hals fallen? Wovon träumt der denn nachts? Okay, das wollte ich vielleicht doch nicht wissen. Bei dem Scheiß, der aus deinem Mund kam, wollte ich gar nicht wissen, wie abgefuckt seine Gedanken waren. Ach, wir müssten erst mal klären, wer hier wen um den Hals fällt. Flog ich zurück und schaute ihn mit einer hochgezogenen Augenbraue herausfordernd an. Ach Schätzchen, glaub mir, ich könnte jede haben. Da muss ich mich nicht auf so armselige Art und Weise an ein Mädchen wie dich ranschmeißen. Sein Ernst? Okay, wenn er solche Spiele spielen wollte, konnte er es gerne haben. Dass ich nicht lache, wer will sich freiwillig von dir vögeln lassen. Das müssen ja ganz schön hohle Flötchen sein. Na, dann pass du doch perfekt in mein Beuteschema, meinte er und grinste mich siegessicher an. So nicht, Freundchen, wir waren noch lange nicht fertig. Dein Beuteschema? Dein Beuteschema? Ich wusste nicht, dass Affen so etwas haben. Kennst dich wohl, hervorragend damit aus, was? Schoss er zurück und machte mich damit für wenige Sekunden sprachlos. Was erlaubst du dir eigentlich, du? Du, fieberhaft suchte ich nach dem richtigen Schimpfwort, doch einfallen wollte mir keines so wirklich. Gott, veränderte er meinen Satz und grinste mich von oben herab an. Diese Überheblichkeit und Arroganz, die er an den Tag legte, einfach entsetzig. Es war zum Kotzen. Vielen Dank für das Kompliment. Anscheinend empfindest du ja doch etwas Zuneigung für mich, bedankte er sich für sein eigen ausgesprochenes Kompliment. Wie mich dieser Typ aufregte. Das ist ja entsetzlich. Du bist so arrogant und überheblich, dass es ein Wunder ist, dass ich dir noch keine verpasst habe. Wirklich, wie kann man nur so enorm von sich überzeugt sein? Das ist nicht zum Aushalten. Dann ließ ich meiner Wut Luft und baute mich vor diesen Hornauxen auf. Weißt du, dass man nur mit Leuten streitet, die ein etwas bedeuten? Folglich kann deine Abneigung gegen mich gar nicht so stark sein. Ach, du meinst wie du? Sorry, aber du kannst deine erbärmlichen Anmachtssprüche gerne wieder einpacken und dir ein anderes Mädchen präsentieren, die sich vielleicht mehr darüber freuen wird. Und jetzt, entschuldige mich bitte, ich muss zum Unterricht. Mit diesen Worten schob ich mich an ihm vorbei und lief die Treppe hinunter. Hey, netter Arsch! rief er mir hinterher. Schon aus seiner Stimme konnte ich das dreckige Grinsen, das sich wahrscheinlich gerade auf sein Gesicht schob, heraushören. So ein widerlicher Typ ist mir schon lange nicht mehr unter die Augen getreten. Dennoch stoppte ich nicht in meiner Bewegung. Im Gegensatz zu dir habe ich ihn an der richtigen Stelle. Mit diesem Satz lief ich den Rest der Treppe mit einem Lächeln im Gesicht hinunter ins Erdgeschoss. Innerlich gab ich mir für diese schlagfertige Antwort ein Selbsthighfive. Zu gerne hätte ich sein Gesicht noch gesehen, doch dann hätte ich nicht so einen schönen Abgang hinlegen können. Naja, so konnte ich mir seinen Gesichtsausdruck nur ausmalen. Doch ich denke mir, dass dieser absolut dämlich war. Unten angekommen wollte ich gerade nach draußen auf den Innenhof treten, als mit einmal jemand meinen Namen rief. Irritiert drehte ich mich um und mir erblickte ich. Genau, Kay. Seufzend stieß ich die Luft aus und wartete, bis sie bei mir angekommen war. Anscheinend hatte sie bis gerade eben noch gefrühstückt. Hey, ich hab dir vergessen zu sagen, dass du wegen des Schwänzens gestern, heute Nacht den Unterricht nachsitzen musst. Sorry, meinte sie entschuldigend, doch ich winkte nur ab und verabschiedete mich von ihr. Ich hatte schon gefühlt tausendmal nachsitzen müssen und hatte es mir geschadet? Nein, außerdem saß man doch eh nur die ganze Zeit rum, während die Schlaftablette von Lehrer irgendwelche Klausuren oder Teste korrigierte und sich einen Scheiß drum kümmerte, was die Schüler taten. Genervt strich ich mir die Haare aus dem Gesicht und hetze den Gang entlang. Es war totenstill in dem Schulgebäude. Lediglich der Klang meiner Schritte war zu hören, bis dieser ebenfalls erlosch. Seufzend stieß ich die Luft aus, ehe ich meine Hand hob, zu einer Faust formte und mit ihr gegen die schwere, alte Tür mir gegenüber klopfte. Bis eben hatte man von innen eine Stimme gedämpft reden hören, jetzt jedoch erlosch diese, ehe ein energisches Herein ertönte. Behutsam legte ich meine Hand um das kalte Metall des Türgriffes, drückte diesen hinunter und öffnete die Türe. Etwas eingeschüchtert wagte ich einen Schritt in den Raum und richtete meinen Blick auf den Herrn, der mich fragend musterte. Müssen Sie auch nachsitzen? fragte er mich und stieß genervt die Luft aus. Ähm, ja, antwortete ich etwas unsicher. Na schön, nächstes Mal tauchen Sie bitte früher auf, sagte er noch, ehe er sich an die anderen Schüler in diesem Raum richtete. So, dann wollen wir mal, meinte er und deutete in Richtung Türe, worauf sich alle stillen von ihren Stühlen erhoben und nach draußen trotteten. Ich kam mir vor wie in einem dieser schlechten Zombie-Filme. Alle schlurften wie Tote nach draußen, ohne irgendwas zu erwidern. Sie schienen denkunfähig und willenlos. Ach, Jason, meinte der Lehrer mit einmal, worauf eine einzelne Person stehen blieb und sich aus der Masse löste. Könntest du der Neuen bitte alles zeigen? Oh, der Neuen. Ganz toller Name. Diese Torfnase hätte mich auch einfach nach meinem richtigen Namen fragen können, bevor er mich unbenannte. Doch jetzt konzentrierte ich mich wieder auf denjenigen, der mich jetzt dank dieser Torfnase am Hals hatte. Doch, Moment. Und wie es der Zufall so wollte, war es natürlich kein anderer Junge, der einfach nur namensverwandt mit den Horn-Ochsen war. Nein, es musste natürlich er persönlich sein. Das Schicksal hasste mich. Auch, oder? Wie schön, so sieht man sich wieder, meinte er und grinste mich mit seinen widerlichen Grinsen an. Wie ich diesen Idioten verabscheute und dann auch noch diesen dämlichen Grimassen, die er zog. Wie ist es eigentlich möglich, das Verb zu Grimasse? Grimassieren? Das hörte sich ja ganz schrecklich an, wenn das mein ehemaliger Deutschlehrer hören würde. Kommst du? Riss mich mit einem eine Stimme aus dem Wirrwarr, das sich Gedanken nannte. Rasch hüttete ich meinen Kopf ein wenig, ehe ich meinen Blick wieder auf Jason richtete, der bereits mit einem Fuß aus der Türe war. Wo wollten die denn nur alle hin? Dieser Frage musste ich unbedingt nachkommen und daher folgte ich Jason auch. Wir liefen die Schulflure entlang, die Treppe nach unten, bis wir letztendlich im Innenhof ankamen. Irritiert folgte ich den Dürde zu einer alten Flügeltür, die zur Hälfte geöffnet war und vor der der Lehrer, oder als was man den auch immer bezeichnen wollte, Aufseherhüter oder Anstandswauwau, stand und jedem der Schüler eine Hakel in die Hand drückte. Verwundert wollte ich meinen Blick auf Jason, doch dieser stand nicht mehr wie erwartet neben mir, sondern nahm zwei der Haken entgegen, von denen er mir eine in die Hand drückte. Perplexen musterte ich das Gerät, ehe ich es schulterte und zu meinem Missfall Jason hinterher trottete, der wie alle anderen begann, den Kies zu haken. Seufzen tat ich es ihm gleich. Anscheinend war das Nachsitzen hier nicht damit definiert, Löcher in die Gegend zu starren, während man darauf wartete, dass die Zeit vorbeiging. Nein, man musste was für's allgemein wohl tun. Klartext, den Kies im Innenhof haken oder dort die Blumenbeete pflegen. Ob das nicht die Rate der Kinderarbeit in die Höhe trieb, war jedoch fraglich. Während ich so völlig in die wohl geistreichste Arbeit der Welt vertieft war, hörte ich mit einmal den Kies knirschen, was darauf schloss, dass sich mir jemand nährte. Wer das war, beantwortete sich innerhalb weniger Sekunden von selbst. Da musst du noch ein bisschen, siehst du das? Genervt zog ich die Luft durch meine Nasenlöcher ein. Immer schön ein- und ausatmen. Ein- und aus. Na, so wird es nichts. Nein, ich rege mich jetzt nicht auf. Also so schlecht habe ich noch nie jemanden Kieshaken sehen. Wer zur Hölle war nur auf die Idee gekommen, mir diese Kartoffel als Aufpasser aufs Auge zu drücken. Als ob die Arbeit nicht schon schlimm genug sein würde. Nein, man musste mir natürlich auch noch so eine nervenaufreibende Puppe daneben stellen, deren Ausknopfdefekt war, wodurch mich dieser Schwachmat in einer Tour zutextete. Wenn du den Kies auf einen Haufen kehrst, wird das nie was werden. Himmel, Herrgott noch mal, wenn du nicht endlich deine Klappe hältst oder Leine ziehst, kratze ich dir mit der Hake die Augen aus, fauchte ich ihn an und hielt die Hake bedrohlich hoch. Schon gut, beruhig dich, Mädchen, meinte er und hielt beschwichtigen die Hände vor seinen Körper, ehe er seine Hake nahm und Leine zog. Endlich! Erleichtert stieß ich die Luft durch meine Nasenlöcher aus und setzte meine Arbeit, diese beschissenen Kies glatt zu haken, was so gut wie unmöglich schien, fort. Wusstest du, dass sich Neid oft durch Hass äußert? Oh Mann, wo kommt der Idiot denn jetzt schon wieder her? Und wusstest du, dass sich Hass nicht selten durch Fäuste äußert? Meinte ich völlig beiläufig, ohne aufzuschauen. Wow, warum so kampfbereit? Hast du deine Tage auf oder was? Nee, meine Nächte, du? Echt witzig, hast du auch noch was Besseres drauf? Genervt wandte ich mich von ihm ab und widmete mich stattdessen wieder dem wundervollen kleinen grauen Steinchen, die sich gegen mich verschworen hatten. Jason schien diese Kies wohl zu verstehen. Oh Wunder, oh Wunder! Und begann ebenfalls wieder seiner Aufgabe nachzukommen. Als ich jedoch mit einmal ein leichtes Stöhnen vernahm, richtete ich meinen Blick doch wieder auf ihn und schüttete wenige Sekunden später auch schon passungslos den Kopf über ihn. Dieser Horn-Ochse war tatsächlich auf einer der Haken getreten, deren Stil ihm daraufhin prompt gegen den Kopf geschlagen war. Ich habe bis eben immer gedacht, dass so etwas nur in schlechten Filmen passieren würde. Du hast deine Hürden auch im Lotto gewonnen, oder? Ach sorry, ich kann es vergessen, du hast ja keins. So tief sind wir also schon gesunken. Beleiderungen anstatt von schlagfertigen Antworten, meinte er und schaute mich fragend an, während er sich mit schmerzverzogtem Gesicht die Stirn hielt. Memme. Sorry, wollte sicher gehen, dass du es verstehst. Immerhin bin ich so intelligent genug, eine Tür beim ersten Versuch zu öffnen. Sofort schaß mir das Blut in den Kopf, hatte etwa ausgerechnet er mich bei dem Kampf mit der Eingangstür beobachtet. Damit stand es fest. Das Schicksal hasste mich abgrundtief. Aber komm, wir wollen mal nicht so sein. Jeder hat eine Schwäche. Bei dir ist es halt... Ja, alles. Sofort hielt ich in meiner Bewegung inne und atmete die Luft lautstark durch meine Nasen ein und aus. Immer die Ruhe bewahren. In der Ruhe lag bekanntlich die Kraft. Nur so schade, dass ich noch nie ein Händchen für Selbstbeherrschung hatte. Dieses Mal also auch nicht. Hör mal zu, du großkotziger Lackapfe. Wer im Glashot sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ich würde an deiner Stelle also mein gefälligst die Klappe halten, fauchte ich ihn an und durchbohrte ihn mit meinem Blick. Meine Augen mussten jetzt wahrscheinlich vor Hass, Wut, Verachtung und was sonst noch nur so sprühen. Doch ehe ich noch etwas hinterher setzen konnte oder er etwas erwidern, durchschnittte die Stimme des Anstands Wauwau die Stille und entließ uns mit seinen Worten. Ich zögerte keine Sekunde länger und pfefferte die Hake zum Boden, ehe ich eine Kehrtwende machte und den Weg zu meinem Zimmer einschlug. Würde ich diesen Hornochse heute auch nur noch einmal begegnen, ich schwöre, ich würde ihn den Kopf abreißen.